Hallo alle, willkommen bei der Elektroflug! Schön, dass du dabei bist. Ich bin in einer interessanten Stimmung, näheres, direkt nach den blauen Wolken und der schönen Musik. Es ist bitte folgendes, ich bin doch depressiv. Ich bin depressiv. Kein Geheimnis. Und die Situation ist folgende. Letzte Nacht war ein Horror. Ein Albtraum, ja das große Thema, nach dem Anderen. Und die Angst, sich jetzt damit zu beschäftigen. Denn wir haben ja gestern mit dem Anwalt telefoniert und er hat gesagt, was er braucht. Und was er braucht, ist natürlich Fakten, Dokumente und Informationen. Und davor habe ich mich ein bisschen gefürcht, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich ein bisschen gefürcht, die haben mich massiv gefürchtet. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das Thema ja gar nicht 2021 begonnen hat. Das Thema hat 2018 begonnen. 2018 hat das Ganze begonnen. Und wenn man jetzt nicht 2021 beginnt, sich damit zu beschäftigen, sondern 2018, dann schaut die Sache ganz anders aus. Und mit dieser Faktenlage von 2018 geht es mir gleich viel besser. Da ist nämlich viel niedergeschrieben und es gibt viele Belege per E-Mail und sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten mit Behörde, wo man dann sehr leicht nachvollziehen kann, was die für Scheiße gebaut haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das jetzt noch ins andere Gerichtsverfahren reinwerfe. Diese ganzen Erkenntnisse. Denn da sind sie nicht so schön aufgegliedert. Denke ich mal. Oder ich habe es massiv verdrängt. Wahrscheinlich habe ich es nur massiv verdrängt. Wahrscheinlich ist es eh drinnen. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie tut man denn damit jetzt? Und wie tut man da weiter? Jedenfalls bin ich hochoptimistisch. Ich kenne mich jetzt total aus, warum was wie abläuft in diesem ganzen Verein. Und es geht mir besser. Ich habe mich heute damit eine Stunde beschäftigt. Vor allem dazu macht sich mein Sohn Sorgen über Deutschschularbeiten. Das ist etwas, was mir ziemlich vorbeigeht. Die machen gerade etwas, wo ich sage, das ist so sinnlos. Ja. Wie nennen sie das? Pronomen oder so. Proforma Pronomen. Irgendwie so. Da geht es um Ich, Du, Er, Sie, Es. Das ist so irgendwie die absurde Einstellung, eine Sprache in Regeln zu drängen. Ich meine, wir haben alle die Sprache gelernt. Wir sprechen unsere Sprache mehr oder weniger vernünftig. Und dann will man Regeln generieren, wonach dann die Leute, die die Sprache nicht können, sich der Sprache ermächtigen und erlernen. Also, das ist absurd. Denn es gibt ja keine Regeln beim Sprechen, für die es nicht eine Ausnahme gibt. Stichwort scharfes Es, weiches Es, rundes Es, Doppel Es, dieser ganze Schmafu. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt doch keine ernstzunehmenden Regeln. Versucht mal ein behördliches Schreiben aus den 50ern. Ich hatte sowas unlängst in der Hand. Ein behördliches Schreiben bezüglich Grundstücksnutzung und eventuell Bauansuchen oder sowas. Das versteht kein Schwein mehr. Also, kein normaler Mensch versteht, was da drinnen steht und die Sprache. Und jetzt redet man noch gar nicht vom allgemeinbürgerlichen Gesetzbuch. Das ist von 1800 irgendwas. Das ist unmöglich. Das macht überhaupt keinen Rehwag. Weil ja alles immer verändert wird. Das ist so dumm. Es ist, ja, lassen wir das Thema. Und die neudeutschen Geschichten, die lassen wir sowieso weg. Ja, lange Rede, gar kein Sinn. Es ist alles absurd. Das ist meine Meinung. Finanziell schaut es ganz schlecht aus. Das habe ich gestern wieder festgestellt. Und auch was die MEA betrifft, schaut es nicht so gut aus. Ich meine, ich habe zwar jetzt zwei, die halbwegs funktionieren. Vom dritten ist nicht mehr viel übrig, weil schon alles Mögliche ausgebaut ist. Aber, puh, ja, ist halt so. Ja. So ist es. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich jedenfalls voll und so überhaupt und bin voll aktiv und belegt und eh klar, das ist das Konzept. Das ist das Konzept, sage ich. Ja. Ich bin gerade am Weg zu einem Kunden, wo ein Gewitter etwas demoliert hat. Das schauen wir uns jetzt an. Dann werden wir feststellen, ob man etwas wiederbeleben kann. Das sind so die Überlegungen. Ja, ich denke, das reicht schon mal fürs Erste. Ihr hört es direkt danach wieder von mir. Und ich denke mir, es wird ausgesprochen interessant, das Ganze. Inklusive YouTube. Red mal YouTube. YouTube verändert schon wieder die Ansicht. Jetzt haben die ernsthaft die Beschreibung unter dem Video weggegeben und haben die nach rechts gepackt. Ich glaube, die spinnen wie das sich. Was soll das? Jetzt sage ich, Alter, ihr findet die Infos unter dem Video, in jedem Video und dann ist es neben dem Video. Als nächstes werden sie es dann drüber machen oder links davon. Also es ist so eigenartig, diese Welt. Ja. Und das Schlimmste ist, sie zeigen jetzt irgendwie, ich glaube, die Kommentare nur an, wenn es welche gibt. Und ansonsten die Videobeschreibung? Nein. Sie schreiben null Kommentare und die Videobeschreibung. Es ist total. Mit nichts durchsichtig. Es ist absurd. Aber das Relevante ist, man muss alle wichtigen Infos in die erste Zeile des Kommentarschreiben, also der Beschreibung, sonst geht gar nichts. Sonst ist es Horror. Horror ist, ja. So. Das wollte ich nochmal kurz breit treten. Ich mag Veränderungen nicht. Jetzt ist das YouTube-Ähnlich häufig so gewesen, dass es funktioniert und jetzt ändern sich wieder was. Und jetzt zeigen sie mir wieder keine Shorties mehr an und dafür Unmengen Fremdvideos, die ja keinen interessieren. Wenn sie jetzt wenigstens unter dem aktuell gespielten Video eine Zeile nur Videos von mir anzeigen würden, und dass die Leute dann die thematisch Passenden haben, dann wäre das ein Argument. Aber die Sache da irgendwie herumzutun und dann Fremde dorthin zu machen, da bin ich von und zu überhaupt dagegen. So, da ist ein nervöses Pferd. Und ich bin auch nervös, wenn mir ein Pferd auf der Straße entgegenkommt. So ehrlich muss ich sein. So, aber jetzt ist genug. Da bin ich wieder. Es ist fast 12 und ich bin fast wieder, weil mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe. Und jetzt bin ich wieder in den ungemütlichen Bereich. Aber es ist ein schönes Gesamtbild, das ich bekommen habe. Das gefällt mir. Ja, 150 Zeilen Excel, da kann man schon einiges an Informationen reinpacken. Zu mir. Es tut mir entsprechend der Kadaver weh. Konkret die körperliche Links-Hinten-Abteilung, weil ich vor dem PC gesessen bin. Ich habe mit Lenovo virtuell diskutiert. Das ist schon ein schwieriger Verein. Ich bin gerade sehr am Tentieren, mir etwas zu überlegen, ob ich mir das weiter antue. Da überlege ich gerade so. Na ja, schauen wir mal. Wir sind ja höchst flexibel und überhaupt. Man muss sich anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Und jetzt ist die Überlegung, was mache ich? Ich glaube, ich werde raus. Nein, ich weiß, ich muss raus, sonst Kopf kaputt. Ich habe entschieden, es gibt heute Raclette. Ja, meine Familie wird jubilieren. Wir haben nämlich umgängig einen Raclette-Käse in der Tiefkultur und da habe ich welchen rausgenommen. Da genüsse ich jetzt so ein paar Schwammerl und ein bisschen Mais. Kartoffeln haben wir noch. Und dann wird das eine ganz wunderbare, leckere Angelegenheit. Salaten! Wir haben Tomaten. Da hätten wir mal einen Tomatensalat dazu. Ich bin ja höchst flexibel und von und zu überhaupt. Am Morgen in dem Kindergarten kocht meine Frau ja was Leckeres so mit Nudeln und Tomaten und lauter schlimmen Dingen. Da freue ich mich schon. Und ansonsten hoffe ich, dass ich heute kurz die Werkstatt, beim Rasen, beim Rasen, aber nicht. Das ist ja nass. Ich glaube, die lasse ich versunken. Wobei natürlich perfekt, also ich habe gestern Grassamen noch gestreut, weil ich glaube, dass der aufgeht. Hätte ich gemacht, hätte jetzt ein bisschen drauf geregnet, das wäre genau genommen die Optimalsituation. Sofern es nicht weggewaschen wurde, dass du das Gras zeigst. Mal schauen! Ja, leicht konfus. E-Mail-mäßig, relativ friedlich, kein Schmafu grad. Die eine Sache, ob wir einen Blitzschaden in einem sechs Jahre alten Rechner richten. Nein, 14, acht Jahre alt. Nö, wollen wir eigentlich nicht anfangen. Da werde ich mal ganz ehrlich sagen, dass das unrentabel ist, oder? Ja, man muss ja nicht jeden Schmarrn handhaben, ja. So, so mache ich das. So mache ich das. Ohne Hemmungen. Ohne Hemmungen. Das Office ist wieder das Thema. Oh weh! Da muss man gucken, ob ein Office drauf ist. Ja, die Herausforderungen des Alltages sind das. Ansonsten geht es mir ganz gut, kann ich mal sagen. Müde bin ich, voll bin ich bin ich. Ach ja, weil Sohn hat mich besiegt. Gestern der eine bei Carcassonne hat mich besiegt. Es ist ein Gfrasst. Warum der dermaßen gut spielt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum der so gut spielt. Und der andere hat mich halt bei Memory besiegt. Ja. Warum ich gerade so bremst habe, weil jemand quer über die Kreuzung gegangen ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand quer über die Kreuzung geht. Mein Fehler. Natürlich. Ja. Wie kommt man nur auf die Idee, dass sich jemand an die Gesellschaftsregeln hält. Nö, nö, das gibt es nicht in dem Land. Wo war ich? Ja. Jetzt muss ich zurückbekommen. Das Ziel ist jetzt, die Kundin noch anzurufen und ihr Bescheid zu geben über ihren Rechner. Da muss ich vorher noch mal gucken, ob die SSD das überlebt hat. Und eine Kostenschätzung abzugeben. Und danach würde ich... Ui, stehe ich ja alle im Parkverbot. Oder gehe ich weit? Da ist ja Urstau. Ich bin entsetzt. Na gut, 10 Minuten darf man eh auf der Seite auch stehen. Dann stehen wir halt einmal auf der anderen Seite. Ähm, wo war ich? Ja, rauszugehen. Ziel Holzlager. Ich würde gerne von und zu überhaupt ein paar Holzstücke schneiden. Weil es ist nämlich... oder Spalten vielleicht sogar. Mal gucken. Denn es ist Nullholz noch da. Und wenn Nullholz da ist, muss man aber... heute müssen wir duschen. Und mit 30 Grad duschen ist schon eine Kaltduscherei. So machen wir das. Euch zeige ich die Kubizahlen und dann reden wir weiter. Kubizahlen und Fakten für den 03.05.2023. Ich glaube, das können wir uns sporen, oder? 632 Laborbestickte Fälle, 1014 genesen und 43,8 ist die 7-Tage-Inzidenz. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, was jetzt noch aktualisiert wird oder nicht. Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Wir machen heute Raclette. Ich habe bereits mit einem Kita-Wagel diskutiert und habe Holz ins Haus geholt und eingeheizt. Ja, so schaut es immer aus. In diesem Sinne. Bis später. Bis dann. Bis dann hier auf diesem YouTube-Kanal. Bis dann.